Mhhm, meine Leute, Serblin hier. Heute geht's mal um die wahrscheinlich dümmste Sache, die ich ungefähr zwei Tagen gehört habe, und zwar Benadryl. Das ist eine sehr seltsame Sache. Benadryl ist ein fucking Medikament. Das ist aber auch nicht das Wichtige. Das ist halt nur ein fucking Schnupfner-Medikament, was Leute nehmen, wenn sie starken irgendwie Heuschnupf und so einen Scheiß haben. Ist ja alles schön und gut, ne? Das Problem ist, es wurde irgendwie zum Trend, sich anscheinend einfach eine starke, wirklich starke Überdosis von Benadryl zu geben, um dann das dann auf TikTok zu filmen, wie du davon einfach nur halt mad high wirst, weil die Scheiße dir halt Halluzinationen geben kann. So, das ist die gesamte Challenge. Einfach nur, nimm dieses verschreibungspflichtige Medikament und knock dich selbst aus. Wer hätte es gedacht, eine Überdosis von Benadryl ist tödlich, sehr sogar, und auf einmal wundern sich Leute, warum ein fucking Kind davon gestorben ist. So, ein fucking Oklahoma-Kind ist einfach daran gestorben, eine verfickte TikTok-Challenge zu machen, deren Ziel es ist, dass du einfach nur, ja, quasi übelst dich fucking nochmal high von einem verschreibungspflichtigen Medikament wirst. Gott, ich, ich liebe es einfach, wie nur die größten Intelligenzverweigere auf dieser Plattform sind. So, ich will jetzt nicht irgendwie mit Darwinismus kommodieren, so dumme Scheiße, aber das ist eigentlich schon verdient. Gott, ich komm in die Hölle. Ne, aber sowas ist halt irgendwie gefühlt mittlerweile die Norm auf dieser Plattform, und das finde ich irgendwie immer noch krank, so. Wie kommt man darauf, dass es eine gute Idee ist, ein verschreibungspflichtiges Medikament zu nehmen, wenn sogar die fucking offizielle Webseite von den Typen dich davor warnt, nicht es in hohen Mengen zu konsumieren. Das ist doch so, es ist einfach Peak-TikTok, so. Das ist wahrscheinlich einfach nur irgendwie das beste Beispiel, warum ich diese Plattform nicht nutze. Solche Scheiße, so. So, ich lass mich gern mit geistig Behinderten auf Twitter assoziieren, aber wenigstens bin ich kein 14-Jähriger, der dann gestorben ist, fucking Medikamente in Überdose zu nehmen. So, das, das ist immer nur eine Sache, auf die ich stolz sein kann. Ich bin nicht einer Überdose Spendadryl gestorben, kann nicht jeder von sich behaupten. Naja, anstatt, dass ich mich über den Tod eines fucking nochmal irgendwie 15-Jährigen lustig mache, sollte ich vielleicht mal richtigen Content machen und nicht einfach irgendwie alles zwei Tage zu spät hochladen. Aber, naja, was, was will man machen? Danke fürs Zuschauen, ihr Fettsäcker. Denkt dran, bleibt toxisch, abonniert mich, disliket mich, entwimmelt diese perfekte Glocke und jetzt. Und auf einem Rasen, ihr Hohensöhne, nja. Und auf einem Rasen, ihr Hohensöhne, nja.